ja ich grüße euch und zwar ein Test das hier mit meiner also es ist grad 4K60 weil ich glaube nicht dass das in 8K30 hochgelangt wird auf youtube weil das einfach viel zu viel später brucht ich habe gerade eben Speedtest gemacht also ich habe jetzt ETE nur weil es hier kein 5G gibt in der Stadt in der Stadt wo ich lebe also zumindest von 1 in 1 nicht aber wenn ich dann nicht nach Köln fahre oder so dann habe ich auf jeden fall sehr gute Bandbreiten und ja mal schauen vielleicht bringe ich es auch gleich kurz auf 5G um ich weiß es nicht mal schauen nee ich habe nur 4G mit zwei Balken also 4G plus U tut gar keine ETE so kurz Pause macht weil ich bin ja nicht hier alleine geworden aber ja das wird als normales Video hochgeladen weil Shorts immer in niedriger Auflösung sind als normale Videos ich bin jetzt auch gleich im Rewe oder bei der Sparkasse auch mal gucken was da so ab geht dann geht ja mal gucken ich bin jetzt beim Rewe ja Rewe bitte ich kann mal den Resum nutzen ja das ist jetzt 8C Resum ich bin immer noch scharf also damit werden so einige Aufnahmen und Vlogs gedreht so ich hoffe jetzt die Kinder sind nicht drin jetzt muss ich das bitte rausschneiden ähm obwohl das ist halt einfach blöd weißt du ähm ich konnte um die Ecke jetzt halt nicht schauen so ähm ist halt so kann ich auch nicht ändern so ja man muss ein bisschen mit den Gesetzen halt rumstehen es gab damals so einen richtigen Konflikt mit diesem Gesetz mit dem Nicht-Filmung-Gesetz quasi ich hätte jetzt diese Person fragen müssen ja aber ich glaube die war jetzt nur eine Millisekunde ich will jetzt auch kein Montor oder so wie der da jetzt Reifert hat ähm ja ja also das ist sowas von flüssig ich gehe auf den Rufweg machen wir schon mal ein Video dann probieren wir die 8K 30 aus ok also ihr seht das dann im nachhinein nacheinander quasi ähm denkt dran die 30 füllen es anders anders als die 60 ich könnte auch 120 aber die bringt euch nichts weil ja YouTube und 120 morgen hallo ja wir hören uns dann gleich ich bin jetzt bei der Sparkasse die ist da da vorne liegt warte hier vorne aber ich muss tatsächlich andersrum gehen weil die haben noch nicht auf das kann man da easy durchgehen aber ja ja wir sehen uns ja gleich wir hören uns gleich und gutes ich werde in diesem ja doch vielleicht was ich sagen vielleicht gibt es bald ein Gesichtslieg quasi ähm ne weil das ist mir auch ein bisschen blöd weil ich würde ich habe eine Dual-Kamera quasi Funktion dass ich mich dabei also die Front und die Heckkamera nutzen kann um Videos zu machen das heißt ich kann easy vlogs machen ganz geil sogar aber vor allem muss ich erstmal auch mich um ein paar Sachen kümmern ich habe mich gemerkt gesehen dass ich USB-C Adapter habe ich habe kein USB-C Adapter ja wird laufen ja bis dahin und ciao